Was viel Kritik hervorgerufen hat an der Äußerung von Mützenich, war ja das Schlagwort einfrieren, weil es im Prinzip suggerierte, wir fixieren die Fronten so wie sie jetzt sind und dann gucken wir mal, ob die sich einigen, dann kriegt Russland so ein bisschen was von der Ukraine und dann werden die schon zufrieden sein. Ja, das wird passieren. Also die ukrainische Ostgrenze, die wird sich nach Westen verschieben. Wer was anderes erzählt, der streut den Leuten Sand in die Augen und ja, der will nicht, dass sie... Also wenn du solche Kompromisse von vornherein ausschließt, dann muss offensichtlich weitergekämpft werden. Eine Friedenslösung, die Sie sich vorstellen können? Ja, einfrieren heißt ja erstmal nur als ersten Schritt, die Waffen schweigen, man fixiert die Frontlinie und man verhandelt. Und in den Verhandlungen muss man dann natürlich versuchen, zum Beispiel zu erreichen, dass dort UN-Beobachter in die besetzten Gebiete gehen können wieder, dass es auch vielleicht ein UN-beobachtetes Referendum gibt, wo die Menschen selbst entscheiden können. Das kann man ja alles in Verhandlungen versuchen durchzusetzen. Aber wenn man sagt, wie die Ukraine, das ist ja ihre Position, erst müssen die Russen sich komplett zurückziehen. Selenskyj fordert ja, dass sogar als Voraussetzung von Verhandlungen die Schwarzmeerflotte von der Krim abgezogen wird, die ja dort seit 200 Jahren stationiert ist. Wenn man solche Voraussetzungen für Verhandlungen formuliert, dann bedeutet das, dass Verhandlungen in den nächsten 20 Jahren nicht stattfinden werden. Aber wäre denn für Sie ein Frieden denkbar, wo die Ukraine... Kurzes Update, vor Avdivka sind zwei ukrainische Verteidigungslinien gefallen. Russland ist in Orietsche, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, so einem Ort, der da, wie gesagt, ein bisschen westlich von Avdivka ist, eingerückt und könnte noch weiter vormarschieren. Und dann droht ein großer russischer Durchbruch. Das ist die aktuelle Lage an der Front. Also es wird für die Ukraine immer schlimmer, je länger dieser Krieg dauert. Es finden schon Kämpfe im Stadtgebiet von Shaziv-Jahr statt. Wenn Shaziv-Jahr fällt, dann ist das nächste Ziel Kramatorsk. Also Kramatorsk und Sloviansk sind die letzten zwei Städte, die im Donbass die Russland noch nicht erobert hat, die letzten zwei großen Städte. Und ja, das sieht nicht gut aus für die Ukraine. Also man kann sich drehen und wenden, wie man will. Man kann sich sagen, okay, ich wünschte, die Ukraine würde gewinnen. Das wird nicht passieren. Ja, die Realität auf dem Schlachtfeld sieht anders aus und es sind schon ein paar hunderttausend Menschen gestorben. Wie viele müssen noch sterben, damit der Westen endlich bereit ist zu verhandeln? Denn Russland ist zur Verhandlung bereit. Das kann man ziemlich klar sagen. Warnknecht sagt es ja auch. Es geht um US-Militärstützpunkte. Das ist das russische Problem. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Wenn der Westen sagt, die Ukraine bleibt demilitarisiert, die Ukraine bleibt neutral, dann ist Russland auch zufriedenbereit. Danke an Karim, dass du wieder ein Abonnement verschenkt hast. Du bist ja heute echt fleißig. Ukraine größere Gebiete abtritt. Land für Frieden sozusagen. Ich denke, in diesem Krieg geht es weniger um Land als um die Frage von US-Militärstützpunkten. Also es war immer der Hauptzankapfel, ob die Ukraine ein militärischer Vorposten der USA wird. Das haben die Russen auch immer wieder, also nicht nur Putin, das haben auch westliche Diplomaten immer wieder als den Hauptstreitpunkt analysiert, der von Russland moniert wird. Also da geht es, vor dem Krieg waren 4000 NATO-Soldaten schon in der Ukraine stationiert. Es gab, wie wir jetzt wissen, das ist ja vor kurzem veröffentlicht worden, zwölf Geheimdienstzentren der CIA direkt an der russischen Grenze. Es gab gemeinsame Manöver im Schwarzen Meer. Es hätte vielleicht irgendwann auch oder könnte Raketenstützpunkte geben. Und das hat Russland immer als Bedrohung empfunden. Ob wir das jetzt legitim finden oder nicht, ist überhaupt nicht wichtig. Also als Begründung für den Überfall das zu nehmen, dann müsste man auch gegen die Raketen, die... Oh Gott, oh Gott. Es geht nicht um das als Begründung, also als moralische Begründung. Es geht darum, was sind die russischen Interessen und Russland hat kein Interesse, dass die Ukraine zu einem Vorposten der NATO wird. Punkt. Und Russland ist eben bereit, das durch militärische Maßnahmen zu verhindern. Also deswegen hat es nach dem Putsch, der 2014 in Kiew stattfand und der von der NATO unterstützt wurde, deswegen hat Russland da die Krim annektiert. Also die NATO tut etwas, die NATO versucht vorzurücken und Russland reagiert. Und genauso ist das auch beim Ukraine-Krieg. Und da kann man das russische Vorgehen jetzt moralisch bewerten, wie man will. Es ist völlig egal, wie man das moralisch bewertet. Russland hat Interessen und die ist es bereit, auch militärisch, auch gegen die NATO zu verteidigen. Und wenn man nicht will, dass das militärisch ausgetragen wird, ja, da muss man halt verhandeln und auf die russischen Forderungen eingehen. Die in Kaliningrad stehen, irgendwie vorgehen. Wir können ja eigentlich auch jetzt nicht sagen als Europa, uns passt nicht, dass die Russen so einen großen Einfluss in Weißrussland haben. Zieht die mal ab, sonst marschieren wir in Minsk ein. Ich sage doch nicht, Sie reagieren jetzt genauso reflexhaft, wie immer wieder reagiert wird. Ich sage nicht, dass das eine legitime Begründung ist. Also dieser Krieg ist völkerrechtswidrig und ich verurteile den. Die Frage ist aber doch, wie wir ihn beenden. Und selbstverständlich würden, also das nur nebenbei, wenn jetzt Mexiko mit China ein Militärbündnis eingehen würde. Und in Mexiko wären schon 4000 chinesische Soldaten stationiert. Und es wäre sozusagen perspektivisch, würden dann Manöver dort in Mittelamerika stattfinden, weiß ich nicht. Oder das heißt, ich weiß es schon und Sie wissen es auch, wie die USA reagieren würden. Die würden sich das nicht angucken. Das ist trotzdem nicht legitim. Jedes Land ist souverän, das stimmt, aber so ist die Welt nicht. Und deswegen hätte ich es besser gefunden. Man hätte versucht, im Vorfeld diesen Konflikt auszuräumen. Das ist nicht geschehen. Und jetzt müssen wir gucken, wie beenden wir ihn. Also wollen wir ernsthaft um die Frage einer ukrainischen NATO-Mitgliedschaft in Kauf nehmen, dass noch zehn Jahre lang Waffen geliefert werden, junge Soldaten an der Front sterben. Das ist doch der pure Wahnsinn. Und außerdem wird es... Ja, das ist der aktuelle Plan der USA. Die USA bekämpfen Russland bis zum letzten Ukrainer. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Die Ukraine hat jüngst das Einberufungsalter in die Armee, ab dem man zwangsrekrutiert wird, auf 25 Jahre gesenkt. Mittlerweile können selbst Frauen, die eine gewisse medizinische Ausbildung haben, nicht mehr aus der Ukraine ausreisen. Also das Land blutet nach und nach aus und hat keine Soldaten mehr. Und die USA, die werden weiterkämpfen, bis halt keine Ukrainer mehr übrig sind. Und dann werden sie sich irgendwann wahrscheinlich doch gezwungen sehen, Kompromissfrieden zu schließen. Aber so lange versuchen sie halt, möglichst viele Russen zu töten und ihre eigene Rüstungsindustrie wieder ins Laufen zu bringen. Und sich auf den großen Krieg gegen China vorzubereiten. Also das ist der aktuelle Plan. Wahrscheinlich sowieso zehn Jahre nicht mehr gehen, weil der Ukraine die Soldaten ausgehen. Also die USA liefert jetzt nochmal ein Riesenpaket Waffen. Aber die Soldaten sind nicht da. Und deswegen hatte der Macron in dem Punkt sogar recht. Also wenn man wirklich das bis zum Ende durchstehen will, dann müsste man Bodentruppen schicken. Weil die ukrainischen jungen Männer immer mehr auch ins Ausland flüchten. 600.000 wehrfähige Männer sind ja in der Europäischen Union als Flüchtlinge. Also haben sich entziehen, sich dem Militärdienst. Und wollen wir ernsthaft auch mit Bodentruppen, wollen wir, dass der Krieg irgendwann zu uns kommt? Der kann ja immer mehr eskalieren. Und deswegen finde ich, einfrieren und dann verhandeln ist die einzige Option. Die Frage ist, was am Ende dann als Friedenslösung rauskommt. Also ob es diese Ukraine dann noch so geben wird. Weil natürlich am Ende steht immer die Frage, hat Putin am Ende irgendeinen Erfolg, den er nach Hause trägt? Ja, der Erfolg wäre die Neutralität der Ukraine. Also im Grunde wäre es Neutralität gegen Rückzug. Wie weit das, also in Istanbul hat man das ja so verhandelt. Also die Istanbuler Verhandlungen, die sind ja nochmal jetzt die Papiere in Foreign Affairs besprochen worden, also in der US-Zeitschrift. Und dort war ja der Tenor, eigentlich war das ein relativ, also für die Ukraine wäre es ein vorteilhafter Friedensschluss gewesen. Also das, was jetzt so auf dem Papier schon da war. Und sie haben ja damals die Verhandlungen abgebrochen. Also eigentlich ging das genau in die Richtung. Also es war noch nicht endgültig, aber dass die Ukrainer schon Land wiederbekommen hätten. Die Russen hätten sich zurückgezogen. Parallel hätten sie aber als Kompromissangebot eben auf die NATO-Mitgliedschaft, sprich auf US-Militärbasen, US-Raketenbasen verzichten müssen. Das wäre ja ein Weg gewesen. Nun ist heute die Ukraine in einer viel schlechteren Verhandlungsposition. Ich meine, das müssen wir auch mal sehen. Die ganzen Waffenlieferungen haben ja nicht dazu geführt, dass die Position sich verbessert hat. Sie hat sich verschlechtert. Ob das noch so einen Friedensschluss gäbe wie damals, ich weiß es nicht. Aber wenn man es nicht versucht, wird sich die Position nur weiter verschlechtern. Würden Sie sich eigentlich eher als linke Politikerin oder eher als rechte Politikerin? Ja, schade, schade. Ich dachte, er stellt noch ein paar Fragen zum Ukraine-Krieg. Aber ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Ukraine verliert diesen Krieg. Sie blutet immer mehr aus. In ukrainischen Konsulaten gibt man keine neuen Pässe mehr. Also Ukrainer, die im wehrfähigen Alter sind, die müssen in die Ukraine zurückreisen und werden dann da zwangsrekrutiert. Und die kriegen dann im Außen ein Problem, wenn eben ihre Papiere nicht verlängert werden. Also das ist die Situation. Und Wagenknecht hat es gesagt, wenn man die 600.000 Ukrainer wieder zurück in die Ukraine bringen würde, dann würde dieses Land vielleicht noch ein bisschen durchhalten. Aber es wäre eine einzige Katastrophe. Also gewinnen kann die Ukraine diesen Krieg nicht mehr. Sie kann ihn nur noch verlängern. Und ja, dem Westen ist es auch relativ egal, ob die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Der Westen will Russland möglichst lange hinhalten und dann den eh unvermeidlichen Kompromissreden schließen. Und die Frage ist, ob das aufgeht. Da Russland gerade an der Front vormarschiert und die Unterstützung für die ukrainische Regierung in der Bevölkerung immer weiter nachlässt. Wie gesagt, die Menschen wollen nicht kämpfen. Also fangen sie langsam an zu protestieren.